Hallo, hier ist der Support-Net aus Berlin. Mein Name ist Jakob und das GEMA-Generve bei YouTube, das spielt ja bei uns im Support-Net nicht nur im Forum immer wieder eine Rolle. Wir sind halt alle immer mal angenervt darüber, dass wir einen unserer Lieblingsmusik-Clips oder auch in anderen Themen auf YouTube nicht sehen können, weil die GEMA die notwendigen Rechte dazu nicht eingeräumt hat. Wir kennen also alle diesen kleinen Bildschirm mit dem unfrohen Fernseher. Ich zeige euch heute mal einen Trick, wie man das dann ganz einfach lösen kann und zwar einfach oben in der Adresszeile den gesamten Link markieren, kopieren, auf die nächste Webseite gehen, die heißt in diesem Fall HideMyAss, dort in die Adresszeile den Link hinein kopieren, auf Enter drücken und im Normalfall kriegen wir jetzt das gewünschte Video zu sehen. So, hat doch wunderbar geklappt, jetzt müsste auch Lady Gaga gleich wieder auftauchen. Ja, in dem zugehörigen Text zu diesem Video findet ihr auch die notwendigen Links. Viel Spaß mit ungeschmälertem YouTube-Vergnügen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!